Das technische Hilfswerk macht sich auf den Weg nach Slowenien. Dort sollen erste Mitarbeiter in der slowenischen Katastrophenregion ihre Arbeit aufnehmen. Als erstes traf am Montag ein Team ein, das auf Bergungsarbeiten spezialisiert ist. Die Aufgaben vor Ort werden natürlich sein, dass wir die Straßen wieder gang und fahrbar machen, damit man da mit Hilfstransporten durchkommt. Aktuell ist ja doch sehr viel Schutt auf den Straßen. Wir werden entsprechend teilweise Häuser beiseite räumen, die im Weg stehen und die slowenischen Kräfte entsprechend dabei unterstützen, erstmal die ganzen Trümmerfelder zu beseitigen. Slowenien hatte am Wochenende um Hilfe aus dem Ausland gebeten. Anhaltende schwere Regenfälle hatten Flüsse und Gewässer überlaufen lassen. Überschwemmungen und Erdrutsche richteten enorme Schäden an. Es ist die schwerste Naturkatastrophe in der Geschichte des seit 1991 unabhängigen Landes. Wir sind die schwerste Naturkatastrophe in der Geschichte des Herbst. Wir sind die schwerste Naturkatastrophe.